Welcome to the Slime Site! Ich zeige euch heute, wie man Schnecken verpackt. Als erstes braucht ihr ein Heatpack im Winter. Dann schüttelt ihr das ein bisschen, aktiviert ihr das. Das ist das Erste, was ihr aufmacht, weil es braucht lang. Boxen, Erde rein, Schnecke rein, noch eine Schnecke rein, rote Beete an die Seite und Moos, viel Moos. Ein bisschen Wasser zumachen, gut zumachen, dass sie nicht rauskommen können. Eine Styroporschachtel, da macht ihr oben ein Loch rein in den Deckel und dieses Heatpack nochmal aktivieren. Dran kleben das Heatpack, also auf dieses Loch und dann kommen schon die Schnecken rein. Schnecken schön positionieren, da hat jemand noch meinen Tutti Frutti Mix gekauft, auch mit reintun. Alles rein, gut verpacken, dass sie nicht rumrutschen, meine Visitenkarte und zumachen. Und dann nochmal zukleben, Vorsicht, Glas habe ich jetzt, alles gewuscht. Hier das Etikett, wo es hin muss, da muss ich noch Vorsicht irgendwas hinschreiben. Hier nochmal Vorsicht Tiere und dann wird es gleich abgeholt.